Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Lumina 4 Tutorial möchte ich dir mal das Exportmenü etwas genauer vorstellen. Viel Spaß mit dem Video. Um dir das Exportmenü vorstellen zu können, habe ich mir jetzt hier auch schon mal ein Bild rausgesucht. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten zum Exportmenü zu kommen. Zum einen haben wir hier oben einmal diesen Button mit diesem Vierheck und dem Pfeil nach oben drin. Wenn ich da drauf klicke, habe ich hier als Bild exportieren zur Auswahl. Außerdem habe ich hier noch die beiden Möglichkeiten, das Bild in eine Mail zu schicken oder direkt nach SmugMug. Die zweite Variante befindet sich hier vorne im Dateimenü. Wenn ich hier drauf klicke und sage dann hier den Reiter exportieren, auch hier komme ich dann wieder zu diesem Menü Bild exportieren. Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit den Shortcut zu nutzen. Das Ganze ist Shift, Steuerung und E. Für die, die nicht wissen, was Shift ist, das ist die Taste, mit der du einen Großbuchstaben schreiben kannst. Ich zeige euch das jetzt einmal. Wenn ich jetzt hier einmal Shift, Steuerung und E klicke, auch dann komme ich zu meinem Exportmenü. Du findest diesen Shortcut auch hier im Exportieren, also beziehungsweise hier in der Datei, im Dateimenü. Und dann hier auf Exportieren und dann siehst du hier drüben, hier steht es Shift, Control, E. Shift ist die Taste, mit der du einen Großbuchstaben schreiben kannst. Control ist die STRG-Taste und E ist halt der Buchstabe E. Und schon bist du auch hier im Exportieren Menü. Kommen wir jetzt einmal zum Bild exportieren Menü. Schauen wir uns mal an, was wir denn hier so alles zur Auswahl haben. Als allererstes habe ich hier die Möglichkeit den Speicherort zu bestimmen. Entweder ich klicke hier rein und weiß ganz genau, wo ich mein Bild speichern möchte. Oder aber, wie es wahrscheinlich die meisten und auch ich mache, ich klicke hier hinten auf Browsen, bin dann in meiner Ordnerstruktur und kann mir dann den Ordner aussuchen, den ich für mein Bild bestimmt habe. Als nächstes habe ich hier die Möglichkeit den Dateinamen zu bestimmen. Auch hier habe ich wieder die Wahl, entweder lasse ich das Kamera oder den Kameranamen hier stehen oder ich klicke hier rein und nenne das Ding XYZ, wie auch immer. Und habe dann die Möglichkeit, mein Bild in meinem Ordner halt über meinen eingegebenen Namen wiederzufinden. Ich persönlich nutze da immer den Kameranamen bzw. die Kameranummerierung. Da habe ich dann keinerlei Probleme mit irgendwelchen Doppelnamen oder doppelt ausgegebenen Namen. Ich suche meine Bilder dann immer über die Ordnerstruktur. Ja, kommen wir zum nächsten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Format meines Exports auszuwählen. In den meisten Fällen nutze ich hier auch JPEG. Ich habe aber hier auch noch die Möglichkeit, auf PNG zu wechseln. Da seht ihr, da ändert sich jetzt hier an den weiteren Reitern nichts. Bei TIFF seht ihr, wird das Ganze jetzt etwas größer. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eine Komprimierung einzugeben. Ich kann die Tiefe aus 16 Bild auf 8 Bit wechseln. Ich habe auch die Möglichkeit, den Farbraum hier zu bestimmen. Das habe ich hier oben nämlich. Doch, Farbraum kann ich auch hier bestimmen. Richtig, auch hier habe ich das. Aber hier im TIFF-Menü habe ich halt die Möglichkeit, Komprimierung und Tiefe noch zusätzlich anzugeben. Das ist ein Format, was weniger oder was ich weniger oft nutze. Jetzt komme ich zu einem Format, das habe ich außer hier in Luminar noch nie gehört. JPEG 2000. Aber ihr seht, auch hier habe ich nicht wirklich groß eine Auswahl. Das sieht ähnlich aus wie beim JPEG oder beim normalen PNG. Ja, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze als Photoshop-Datei zu speichern. Das macht es mir zukünftig dann leichter, wenn ich nochmal mit Photoshop arbeiten möchte, wenn ich dann noch irgendwelche Veränderungen am Bild vornehmen will. Das kann ich halt hier auch sehr schön einstellen. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, das Bild als eine PDF-Datei abzuspeichern. Ganz ehrlich, die letzten vier Reiter nutze ich so gut wie gar nicht. Oder besser gesagt, die letzten drei. TIFF hin und wieder. PNG auch hin und wieder. Aber wie gesagt, das Gängigste ist das JPEG. Und dem werde ich mich jetzt dann auch etwas genauer widmen. Beziehungsweise wir werden uns die weiteren Reiter hier einmal anschauen. Da habe ich als nächstes hier die Möglichkeit, nach dem oder beziehungsweise vor dem Export auch noch auszuwählen, ob das Bild auch nochmal geschärft werden soll. Hier habe ich im Normalfall keine, maximal aber niedrig eingestellt. Du musst bedenken, du hast dein Bild bearbeitet und hast es selber schon nachgeschärft. Wenn du jetzt nochmal beim Export zusätzlich Schärfe auf das Bild gibst, kann das hinterher passieren, dass es dann nicht mehr ganz so schön aussieht. Von daher, hier wirklich nur niedrig oder gar keine. In den meisten Fällen habe ich hier keine drin stehen. Ab und zu mal kommt es vor, dass ich hier nochmal niedrig nachschärfe. Aber in 99% meiner Exportfälle habe ich hier keine drin stehen. Der nächste Reiter ist die Größe ändern. Hier habe ich einmal die Möglichkeit, in der Originalgröße zu exportieren. Das siehst du hier unten drunter. Ich habe aber auch noch die Wahl zwischen der langen Kante, der kurzen Seite oder den Abmessungen. An der langen Kante gebe ich ihm vor, wie groß oder wie viel Pixel soll diese Kante haben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 3200 eingebe, dann ist diese lange Kante jetzt bei 3200 angekommen. Möchte ich die kurze Seite jetzt hier bestimmen, das ist diese hier, kann ich hier zum Beispiel 1800 eingeben. Dann hat diese Länge hier, oder diese Seite, die kurze in dem Falle, 1800 Pixel. Oder aber ich habe hier meine eigenen Abmessungen und kann jetzt hier eingeben, 3200 und er macht automatisch die kurze Seite hier drüben. Also diese 3200 Pixel beziehen sich auf die lange Seite und diese 1799 bzw. aufgerundet 1800 beziehen sich hier auf die kurze Seite. Jetzt habe ich hier ein 16 zu 9 Format eingestellt. Du kannst hier aber auch jede andere Kombi eingeben. Du kannst aber sagen, okay, ich möchte das Ding 3000 x 1687. Also er rechnet dir immer das perfekte Verhältnis hier aus, damit das hier nicht irgendwie verzerrt wirkt. Für was braucht man das hier? Wenn du zum Beispiel für Facebook oder Instagram Bilder hochladen möchtest oder exportieren willst, dann würde ich dir raten, das auf keinen Fall in der Originalgröße zu machen. Das ist viel zu groß, die Datenmengen sind einfach viel zu hoch. Und wenn dann doch mal jemand auf irgendeinen Trick kommt, kann er auf die Art und Weise dir deine originalgroßen Dateien klauen. Das ist mit Sicherheit schon vorgekommen. Deshalb nutze ich hier niemals die Originalgröße. Lass das Ganze einfach verkleinert. Es guckt sich auf dem Handy auch keiner deiner originalgroßen Bilder an. Auf dem Handy siehst du nur eine stark verkleinerte Version. Und da reicht vollkommen aus, wenn das Bild entweder hier 1600 zu 900, also wenn du wirklich so ein 16 zu 9 Format haben willst. Oder aber du kannst das Ganze auch hier 1200 zum Beispiel mal 675. Also das Bild ist im Original ja ein 3 zu 2. Du kannst das halt auch wirklich deutlich verkleinern und auf dem Handy sieht man das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die Bilder sind viel schneller geladen. Das dazu, für was man die Größe eines Bildes ändern möchte. Natürlich kann man das auch für andere Dinge noch machen. Es ist nicht nur für Facebook und Instagram. Auch auf andere Art und Weise kann man seine Bilder kleiner exportieren. Für eine Webseite zum Beispiel. Da lohnt sich das auch, die Bilder nicht in der Originalgröße hochzuladen. Also ich nutze hier im Normalfall Originalgröße oder bestimme die Abmessungen selber. Ich lasse jetzt hier mal Originalgröße stehen. Das ist ja das Standardmäßige, was hier eingestellt ist. Und dann können wir hier zum Farbraum kommen. Beim Farbraum habe ich nun die Möglichkeit zwischen sRGB, Adobe RGB und Profoto RGB zu wählen. Das Gängigste wird sRGB sein. sRGB ist das, was die meisten Bildschirme anzeigen können. Der Unterschied zwischen sRGB und Adobe RGB und Profoto RGB ist einfach, dass du einen größeren Farbspektrum zur Verfügung hast in Adobe RGB. Profoto RGB, Profoto RGB muss ich gestehen, weiß ich nicht zu welchem Format das gehört. Habe ich außer auch hier in Luminar noch nichts zu gehört. Ich könnte jetzt bei Google suchen, aber ich denke das Gängigste wird sRGB und Adobe RGB sein. Es könnte sein, dass Profoto RGB eventuell zu Apple gehört. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Von daher sRGB ist eigentlich das, was jeder Bildschirm darstellen kann. Adobe RGB ist ein etwas größeres Farbspektrum. In dem Fall können wir aber hier auch sRGB einfach stehen lassen und haben dann hier die Möglichkeit noch die Auflösung zu wählen. Also 300 Pixel pro Inch. Auch hier kann ich wieder wechseln auf 300 Pixel pro Zentimeter. Ich lasse es einfach hier so stehen. Du kannst auch hier die Pixelangabe ändern. Du kannst sagen, ich möchte nur 200 Pixel haben pro Inch oder pro Zentimeter. Oder ich möchte 600 Pixel pro Inch schrägstrich Zentimeter haben. Aber auch hier kannst du einfach das stehen lassen, was hier drin ist. Jetzt kommt noch etwas, was sehr interessant ist. Du kannst die Qualität deines JPEGs hier auch nochmal anpassen. Ich muss gestehen, ich habe hier Qualität immer auf 100%. Warum soll ich die Qualität meines Bildes hier herabsetzen, wenn ich doch eh schon am Exportieren bin. Ich habe mir doch nicht die Mühe gemacht, habe die Bildbearbeitung durchgeführt und will jetzt die Qualität herabsetzen. Von daher lasse ich die Qualität immer auf 100% stehen. Wie du das machst, kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Aber mich würde es sehr wundern, wenn hier ein großer Anteil von euch hier die Qualität des JPEGs herabsetzen würde. Ich wüsste zum Beispiel nicht, warum ich das tun sollte. Ich möchte doch immer die bestmögliche Qualität nach außen wiedergeben. Und als nächstes muss ich das Ganze dann jetzt noch exportieren. Das mache ich hier unten, indem ich hier auf diesen blauen Button klicke. Da steht auch Exportieren. Und dann siehst du, öffnet sich hier oben ein weiteres Fenster. Einmal steht hier Exportieren. Hier neben steht 0 von einem Bild exportiert. Und hier unten kannst du das Ganze noch abbrechen. Hier läuft so eine Linie lang, bei dem du siehst, wie weit der Fortschritt ist. Wir werden uns das gleich auch nochmal anschauen, wie das bei mehreren Bildern aussieht. Du siehst, das ging jetzt relativ zügig. Das hat jetzt keine 20 Sekunden gedauert. Und dann siehst du, habe ich hier mein exportiertes Bild auch in dem entsprechenden Ordner. Wie mache ich das jetzt, wenn ich mehrere Bilder zur Auswahl habe? Nun, du kannst das Ganze hier drüben über diesen Filmstreifen machen. Du kannst aber auch hier in den Bibliotheksordner gehen. Und dann nehmen wir einfach mal hier oben die ersten fünf Bilder. Und ich klicke das erste an. Du siehst, das ist jetzt gelb umrandet. Mit gedrückter STRG-Taste kann ich jetzt hier weitere Bilder auswählen. Wir nehmen die ersten fünf. Du siehst, hier oben steht, fünf Fotos sind markiert. Five photos selected. Und kannst jetzt auch hier auf Exportieren klicken. Sagst als Bild exportieren. Und du siehst, du bist wieder im selben Exportieren-Menü, wie wir eben schon gewesen sind. Auch hier kannst du dann jetzt Exportieren klicken. Und jetzt siehst du, hast du hier oben die Anzahl 0 von fünf Bildern exportiert. Ich lasse das Ganze jetzt mal in der Originalzeit mitlaufen. Dann seht ihr, wie lange es bei mir dauert, bis er fünf Bilder exportiert hat. Dann könnt ihr selber euch ein Bild darüber machen, ob das schnell oder ob das langsam war. Viele von euch sagen ja, dass der Export sehr langsam ist. Ich sage, er ist auf jeden Fall nicht der schnellste. Aber er ist auch nicht unheimlich extrem langsam. Ja, es gibt mit Sicherheit Programme, da geht es schneller. Bei Lightroom weiß ich es gar nicht genau, ob es da wirklich viel schneller geht. Auch bei Capture One bin ich mir da nicht ganz so sicher. Aber ich sage mal, was kann man machen, wenn man mehrere Bilder exportieren will? Bearbeitet erst alle Bilder und exportiert sie dann hier auf diese Art und Weise, indem ihr dann am Ende nach euren Bearbeitungen alle Bilder auf einmal exportiert. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel in der Zeit, wo der Export läuft, irgendwas anderes zu machen. Mit eurer Familie, irgendwas unternehmen oder Haushalt machen oder was auch immer. Essen machen. Und wenn ihr fertig seid, kommt ihr zurück und die Bilder sind exportiert. Das ist zumindest so mache ich es, wenn ich einen Haufen an Bildern zu exportieren habe, dass ich dann sage, Okay, ich bearbeite erst alle meine Bilder und mache den Export dann hinterher. Klar, es kann immer mal passieren, dass irgendwo was abbricht. Aber du hast die Möglichkeit, wenn du doppelte Bilder exportierst, dass er dann sagt, Ah, das Bild ist schon vorhanden, soll ich es beibehalten, soll ich beide behalten oder soll ich es überspringen? Du siehst, er war jetzt fertig. Er hat für diese fünf Bilder vielleicht eine Minute gebraucht. Höchstens zwei. Und wenn ich jetzt hier unten klicke, da sind alle meine Bilder, alles was ich hier eben exportiert habe, finde ich dann auch in meinen Ordnern wieder. Mich würde von dir jetzt mal interessieren, was hältst du von dem Exportmenü in Lumina 4? Ist dir das zu schlicht? Fehlen dir da einfach Menüs? Fehlen dir da irgendwelche Punkte? Das kannst du mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Auch würde es mich mal interessieren, bist du wirklich der Meinung, dass das Exportieren zu langsam dauert? Oder sagst du, hey, es ist nicht wirklich unheimlich langsamer wie in Lightroom zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Programm, mit dem du arbeitest? Ich weiß, es sind ja einige dabei, die arbeiten auch noch mit anderen Programmen. Würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und du wieder einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Infos für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, dann vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du eine Information darüber. Möchtest du auch mit Lumina 4 arbeiten? Dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr dafür bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf diese Art und Weise hast du die Möglichkeit, mich und meine Arbeit hier ein klein bisschen zu unterstützen. Außerdem gibt es noch den Rabattcode BION. Mit diesem Rabattcode, der ebenfalls nochmal in der Videobeschreibung beschrieben ist, kannst du nochmal 10 Euro auf das Programm sparen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen, hoffe du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!